Wir sind wieder da. Hier sehen wir ja gerade mal eine Streitmacht, die jetzt hier gerade auf dem Weg ist. Ich bin wieder oben angekommen. Hier oben habe ich nämlich jetzt gerade eben wieder was entdeckt. Genau, die hat er nämlich wieder gebaut. Ändern Sie den Kurs. Alle Mann auf Gefechtsstation. Alle Sektionen in Bereitschaft. Jawohl, ja. Okay, die zweite hat er noch nicht gebaut. Dann die drei runter. Alle Sektionen in Bereitschaft. Alarmieren Sie die Crew. Alarmieren Sie die Crew. Naja, ist klar. Forschung abgeschlossen. Habe ich jetzt auch alles komplett? Crew in Bereitschaft. Die Ibu Gimas kommen jetzt mal hier hin. Wir erwarten Ihre Befehle. Und die kommen da hin. Dann brauche ich meine temporale Forschungsanrichtung. Die wird dann... Oh, oh. Oh, nee. Alle Stationen, Bericht. Neuer Kurs. Kacke. So, jetzt aber. Ja, klar. Feind angegriffen. Temporale Verzerrung entdeckt. Erfassen Sie das Ziel mit allen Waffen. Feuern Sie, wenn Sie bereit sind. Setzen Sie einen neuen Kurs. Bereiten Sie die Phaser und Quantentorpe. Alle her, alle her, kommen. Setzen Sie einen neuen Kurs. Machen Sie es so. Machen Sie es so. Ja, feuern, was das Zeug hält. Erfassen Sie das Ziel mit allen Waffen. Erfassen Sie das Ziel mit allen Waffen. Bereiten Sie die Phaser und Quantentorpedos vor. Feuern Sie auf dieses Ziel. Machen Sie es so. Feuern Sie auf dieses Ziel. Feuern Sie, wenn Sie bereit sind. Feuern Sie auf dieses Ziel. Neuer Kurs. Neuer Kurs. Machen Sie es so. Setzen Sie einen neuen Kurs. Hier raus, hier raus, hier raus, hier raus, hier raus, hier raus, hier raus. Setzen Sie einen neuen Kurs. Rauskommen, rauskommen, rauskommen. Meister Laufau. Schleiten Sie die Hilfsenergie in die Antriebe um. Setzen Sie einen neuen Kurs. Du sind meine... Oh! Hervorragend. Ja, und jetzt bleibt ihr auch noch hier. Geben Koordinaten ein. Feind angegriffen. Statusbericht. Erfassen Sie das Ziel mit allen Waffen. Nein, Sie sind das geändert. Koordinaten geändert. Warum macht ihr das? Koordinaten geändert. Volle Kraft auf die Triebwerke. Ach, alles, was sie nicht machen sollen, das machen sie. Ach komm, scheiß drauf. Ist mir doch egal. Ja, Kaiser anvisieren. Dann mach doch, was er wollt. Wir erwarten Ihre Befehle. Ziel angreifen. Wir erwarten Ihre Befehle. Ja, Sir. Ja, Sir. Das klappt eh nicht. Oder klappt's doch? Nein, das klappt nicht. Wobei, er hört jetzt ja auf zu schießen. Ausgezeichnet. Wir haben den Nexus eingenommen. Wir müssen das Datenschiff in Position bringen und es um jeden Preis schützen, während es im Einsatz ist. Ja. 100 Pro wären jetzt hier irgendwie Borg-Schiffe spawnen und... Ah. Sehr schön. Gut, dann werde ich jetzt hier einmal abspeichern. Wer weiß, was jetzt noch passiert. So. Alle Stationen, Bericht. Behörden Sie die Phaser- und Quantentorpedos vor. Feind angegriffen. Steuermann, finden Sie die nächste Reparaturstation. Alle Stationen, Bericht. Wo? Da oben? Okay. Du kannst... Du kannst... Theoretischerweise... Auch... Ah, ne. Verstanden. Wobei, nee, die bringt da eh nix. Machen Kehr zur Reparatur. Wir können zurück. Die 3, die kommt jetzt mal hier hoch, bitte. Alle Sektionen in Bereitschaft. Die sollen die hier beschützen. Statusbericht. Reparieren Station. Ihr macht das bitte wieder fit. So viel ist das ja nicht. Was haben wir da? Ich wusste es. Alle Stationen, Bericht. Machen Sie es so. Neuer Kurs. Setzen Sie einen neuen Kurs. Hm. Fliegen alle dran vorbei. Waffnet und bereit. Bringen Sie uns in Waffenreichweite. Alle Sektionen in Bereitschaft. Na, er hat sie fertig. Alle Waffen feuern. Alle Sektionen in Bereitschaft. Feind angegriffen. Ich hoffe, das war es dann jetzt auch. So. Statusbericht. Wo ist denn jetzt? Reparieren Station. Ihr seid noch nie fertig. Wo sind die denn? Hä? Äh, Moment. Statusbericht. Einsatzbereit. Wo, wo? Wo bist du einsatzbereit? Da? Auf jeden Fall nicht. Äh. Wo kommt ihr denn her? Ja, faszinierend. Und vor allen Dingen auch nur zwei. Das waren eigentlich mal drei. Hm. Statusbericht. Eins, zwei, drei. Ja. Einsatzbereit. Wo ist das? Da. Bringen Sie uns dorthin. Das ist wieder so typisch. Sofort. Befehl bestätigt. Hi. Ach, guck mal. Befehl bestätigt. Auf Warp. So, jetzt. So, dann hätten wir alles. Du bist da. Du bist da. Dann lass ich mal die drei... Statusbericht. ... hier runter. Ihr sollt nämlich jetzt... ... das Datenschiff beschützen. Genauso wie ihr. Aktivieren Sie den Antrieb. Aktivieren Sie den Antrieb. So, ich glaube, das sollte reichen. Steuermann, neuen Kurs setzen. Ich hoffe es jedenfalls. Schön hier genau durch die Metaphasen. Ah, na endlich mal machen Sie was Cleveres. So, die 1 bleibt hier. Machen Sie es so. Reparieren Station. Da, guck mal. Sieht da alles wieder ganz gut aus. Oh, 600 Einzug. Voll? Ja, alles voll. Sehr schön. Statusbericht. Machen Sie es so. Neuer Kurs. Beschützt ihr das? Schön, dass ihr auch mal auf Warp geht. Jetzt... ... zerknüllen sie sich alle. Warum... ... warum machen die das? Was machen die da? Oh, ey, da wirst du wahnsinnig. Bei der KI hier. Wo ist denn jetzt das Datenschiff? Ach da. Bereit zur Arbeit. Einmal quer über die Karte. Jungs, ähle... Ändern Sie den Kurs. Das kann doch kein Mensch mit angucken hier. Ändern Sie den Kurs. So soll das aussehen. In Bereitschaft. Genau. Ach, Ordnung wiederhergestellt. Wer kommt hier unten? Ach Gott. Alle Mann auf Gefechtsstation. Aktivieren Sie den Antrieb. Wann machen die denn jetzt hier? Wellenbewegung oder was? Um den Feind zu verwirren. Oh Mann, Mami, ja, ey. Alle Crewmitglieder bereithalten. Ihr fliegt ja weiterhin fleißig hin und her. Das ist schön. Wann haben wir denn hier? Metall verkaufen. Kann ja keiner mehr Menschen mit ansehen, wie viel Metall ich hier hab. Ist ja irgendwie nicht weniger. Naja. Wie sieht's hier aus? Genau. Schöne Wellenbewegungen, damit man den Feind verwirrt. Erwarten neue Befehle. Na guck mal, die patrouillieren da drum. Haha. Wie lustig. Ich bin ja gleich mal gespannt, was ich jetzt hier gleich machen muss. Ob ich einfach nur daneben fliegen muss. Oder ob ich hier irgendwie... ...einen Strahl machen muss oder so. Wie können wir denn... Äh, natürlich. Wir können nichts bauen. Das ist ja mal scheiße. Aber cool, dass die hier drum rum patrouillieren. Das gefällt mir. Das sieht gut aus. Auch hier die Reparaturschiffe. Schick, schick. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Da erwarten neue Befehle. Ich vermute mal gleich, wenn ich zurückfliege, kommen die ganzen Borgschiffe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier überhaupt nichts mehr passiert. Hier spawnen irgendwelche Schiffe, die dann das Datenschiff zerstören wollen. Na, wo ist es? Da. Alles klar. Ach, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Captain, wir sind in Position und beginnen nun mit der Datenextraktion. Es könnte einige Minuten dauern. Hm. Keine Borgschiffe? Öh. Wo ist das da? Leer. Hm. Oder die meinen dann nur die ledigliche Fracht. Freunde, ich werde nochmal speichern. Zurück bei der Datengewinnung. Aha. Da kommen sie nämlich. Feind angegriffen. Okay, das war jetzt nicht wirklich nennenswert. Da kommt wieder was. Ja, jetzt werden sie schon größer, die Schiffe. Das Gute ist, noch haben wir den Nexus im Nacken. Den haben wir nicht mehr lange. Ich habe gerade einen Bericht der Crew des Datenschiffes erhalten. Die Codes der Borgs sind anscheinend komplexer als ursprünglich gedacht. Die Crew benötigt ein paar Minuten länger. Hm. Und in der Zeit werden wir hier angegriffen von spawnenden Schiffen. Alle Stationen bericht. Alle Stationen bericht. Setzen Sie einen neuen Kurs. Oh, seitdem ich vom Tierarzt wieder zurück bin, schreit die mich in einer Tour an. Dann rennt sie in die Küche, dann will sie was essen, dann will sie was essen, dann will sie schmusen, dann will sie schmusen, dann will sie nicht schmusen, dann werde ich angeknurrt. Feind angegriffen. Da, 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 ich wusste es. Stationen wird angegriffen. Ein weiterer Bericht vom Datenschiff. Sie haben den Code entschlüsselt. Sie sollten in Kürze fertig sein. Sir, Langstrecken-Scanner zeigen an, dass sich eine große Gruppe von Borg-Schiffen in unsere Richtung bewegt. Wir müssen noch warten. Das Datenschiff kann sich nicht verteidigen. Na dann, jetzt sitzt die Biesli auf dem Karton vom Sven. Ja, bist du... Wo ist das da? Ist das jetzt fertig oder nicht? Eine größere Flore... Da, 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 da. Ach du Gott. Das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. Ich warte auf die ganzen Kuben. Wenn ich da an den letzten Teil denke, wie viele Kuben wir da auf einmal hatten. Wieder keine Kuben. Feind angegriffen. Der ist zu weit weg, so ein Mist. Ja, Biesli. Ach, sie geht wieder ins Bett, Gott sei Dank. Machen Sie es so. Das Datenschiff hat die Informationsgewinnung beendet. Wir müssen es nun zurück zur Sternenbasis dieses Sektors bringen. Mr. LaForge, leiten Sie die Hilfsenergie in die Waffensysteme um. Wo ist das Datenschiff? Denn ich sehe es gar nicht. Hier sind so viele Schiffe. Ah. Neuer Kurs. Bereit zur Arbeit. Alles klar. Hi, Sir. Ei, ei, ei. Starten Sie die Triebwerke. Jetzt ist die Frage. Macht es Sinn jetzt hier zu warten oder nicht? Mach ich. Ich denke mal mit der Eskorte wird es möglich sein, unten anzukommen. So, ihr. Ich will dich aber erwarten Befehle. Wenn ich das schalte. Immer mit der Ruhe. Bleibt ihr jetzt auch bitte vorne? Hier haben wir nichts mehr, ne? Ne. Bereit zur Arbeit. Oh Gott, sieht das aus? Bitte guck dir mal da unten die Enterprise an. Oh Gott. Guck mal, die hier hinten tänzeln, als wenn die was gesoffen hätten. Das ist doch nicht normal. Neue Richtung bestätigt. Schon unterwegs. Wir haben verstanden. Wir hoffen. Schönen in der Mitte bleiben. Dass wenn der seine Spezialwaffe hier aktiviert, dass so ziemlich alle Schiffe dann auch mit da rum sind. Oh, jetzt bitte hier nicht verfranzen hier an dem Scheiß. Okay, ist mir egal, ob ihr da seid oder nicht. Ah, jetzt wollen die auch noch da. Was ist denn jetzt? Hallo, ähm. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, neuer Kurs. Bereiten Sie die Fähigkeiten aus Kommen und Fortidus vor. Feind angegriffen. Energie. Also, alles klar. Ach, die KI ist wieder zu blöd hier. Oh, ich könnte kotzen. Mr. LaForge, leiten Sie die Hilfsenergie in die Antriebe um. Mann. Ja, äh. Verstanden. Nee, also, die KI macht hier wirklich einem keinen Spaß. Ha, 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 ha. Setzen Sie Kurs. Ey, die bleibt schon wieder hier stehen. Alle Mann auf Gefechtsstation. Alle Mann auf Gefechtsstation. Oh. Ja, schön, dass sie auch mal Feuer hat. Feuern Sie, wenn Sie bereit sind. Feuern Sie, wenn Sie bereit sind. Energie. Feind angegriffen. Boah. Das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Starten Sie die Triebwerke. Eischer. Station wird angegriffen. Starten Sie die Triebwerke. Gut, dass ich hier mir mal so eine gute Verteidigung aufgebaut habe. Die kommen nämlich jetzt alle hier hin. Na. Setzen Sie Kurs auf die nächste Reparaturstation. So, wie sieht's hier aus? Erwarten neue Befehle. Mache ich. Wer reagiert jetzt hier alles? So, dann lasst mir mal die Schiffe... Machen Sie es so. ...zur manuellen Verteidigung. Anders geht's ja nicht. Neuer Kurs. Neuer Kurs. Dem Schiff. Machen Sie es so. Neuer Kurs. Dann... ...liegt ihr mal vor und guckt. Hier ist nix. Mr. LaForge, leiten Sie die Hilfsenergie in die Antriebe um. Hier könnte ich mir auch vorstellen, dass hier irgendwo Schiffe versteckt sind, aber... Nein, gar nicht. Okay. Ach, guck mal, da ist sogar... Ha, sicher jetzt erst. Neuer Kurs. Die Markierung, wo wir hin müssen. Also, ich hätte jetzt tatsächlich mehr erwartet. Auch wenn der Kubus mich da unten ein wenig überrascht hat, hätte ich mir mehr vorgestellt. Machen Sie es so. Aber okay. Mr. LaForge, leiten Sie die Hilfsenergie in die Antriebe um. Neuer Kurs. Ich kann mir auch vorstellen, dass das hier wirklich jetzt die letzte Mission in der Föderationskampagne ist. Denn wir haben die Informationen der Borg. Okay, es könnte natürlich jetzt noch eine kommen, dass wir diese Mission... ...dass wir diese Daten nutzen und angreifen. Das kann natürlich noch sein, aber... Die Mission ist jetzt hier erstmal vorbei. Da oben sind schon wieder Borg-Schiffe. Und dann sage ich mal, wir sehen uns in der nächsten Mission wieder. Mr. LaForge, leiten Sie die Hilfsenergie in die Antriebe um. Feind angegriffen. Neuer Kurs. Wo ist es denn jetzt schon wieder? Erwarten neue Befehle. Steuermann, neuen Kurs setzen. Gute Arbeit. Die Borg planen in der Tat eine Großoffensive auf den Alpha-Quadranten. Und wir kennen den genauen Ort, an dem sie ihre Einheiten für einen Angriff zusammenziehen. Wenn wir schnell genug sind, können wir einen entscheidenden Schlag gegen die Borg hier im Delta-Quadranten führen. Und dann können wir einen Planen aus der Tatort bekommen.